Willkommen im Beispielvideo zum Umfang und zum Flächeninhalt von Kreisen. Wir schauen uns ein paar schwierige Beispiele an, damit ihr top vorbereitet seid. Viel Spaß! Los geht's mit einer ganz kleinen Wiederholung. Wenn wir den Flächeninhalt oder den Umfang von einem Kreis berechnen wollen, dann brauchen wir immer den Radius. Das ist die Strecke vom Mittelpunkt bis zum Rand des Kreises. In unserem Fall jetzt einfach mal hier drei Zentimeter. Das ist die Formel für den Flächeninhalt. Das ist die für den Umfang. Warum man die für den Umfang auch so schreiben kann, und das erfahrt ihr im Erklärvideo. Und als kleine Merkhilfe, wenn ihr nur im Kopf habt, es gibt die Formel Pi mal R² und es gibt die Formel 2 mal Pi mal R, welche brauche ich jetzt wofür? Denkt immer daran, wenn ihr die Fläche von irgendwas berechnet, dann ist die Angabe immer in Quadratzentimetern oder Quadratmetern, also immer hoch 2. Das heißt, die Formel, wo das hoch 2 drin steckt, das ist immer die Formel für die Fläche. So, wir starten jetzt direkt erstmal ganz basic mit dem ersten Beispiel. Radius von 3 Zentimetern. Wir wollen Flächeninhalt und Umfang. Los geht's mit dem Flächeninhalt. Da rechnen wir Pi mal R². R bei uns 3 Zentimeter. Das ist schon die fertige Formel. In den Taschenrechner eingeben, ausrechnen. Und wenn ihr das ausrechnet, dann kommt ihr auf ein Ergänznis von ungefähr 28,27 Quadratzentimetern. Umfang auch ganz easy. 2 mal Pi mal R, also mal 3 Zentimeter. Das Ganze auch einfach so in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt ihr auf so ungefähr 18,85 Zentimeter und habt schon das Beispiel zum Warmwerden richtig gelöst. So, nächstes Beispiel. Diesmal nicht der Radius, sondern der Durchmesser von 9 Metern gegeben. Das ist natürlich nicht maßstabsgetreu, aber es ist langweilig, wenn man es die ganze Zeit mit Zentimetern macht. Also jetzt mal ein Meter. Ich habe übrigens gerade vergessen zu sagen, versucht immer die Beispiele erst selbst zu rechnen, bevor ihr euch die Lösung anschaut. So lernt ihr nämlich am meisten. Also, Durchmesser 9 Meter. Wir könnten jetzt natürlich mit dem Flächeninhalt starten. Aber die Formel lautet ja Pi mal R Quadrat. Dafür brauchen wir den Radius. Deswegen stellen wir die Formel mal ganz kurz zurück und nehmen die Formel für den Umfang und nehmen hier mal den leichteren Part unten Pi mal D. Weil da haben wir den Durchmesser in der Formel und den haben wir hier nochmal gegeben. Also können wir da U gleich Pi mal D rechnen. Also Pi mal 9 Meter. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf ein Ergebnis von 28,27. Oh, jetzt schreibe ich schon selber Zentimeter. Meter. Super, wenn ihr das rausgekriegt habt. Ihr könnt es natürlich auch mit der Formel 2 mal Pi mal R machen. Dafür brauchen wir aber den Radius R. Wie finden wir den heraus? Einfach den Durchmesser durch zwei teilen. Dann haben wir nämlich genau die Strecke, die vom Mittelpunkt des Kreises bis zum Rand geht. Der Radius lautet also 9 Meter geteilt durch 2 sind 4,5 Meter. Und die können wir jetzt hier oben in unsere Formel einsetzen. Pi mal R Quadrat. Also Pi mal 4,5 Zentimeter. Nicht, sondern Meter. Da immer aufpassen. Zum Quadrat. Und das Ganze dann gleich 63,62 Quadratmeter, wenn ihr es ausrechnet. Ich habe ja versprochen, dass wir uns auch ein etwas anderes und schwieriges Beispiel anschauen. Das haben wir jetzt hier. Wir haben diesmal einen Kreis gegeben, von dem wir wissen, dass der Umfang 62,83 Zentimeter beträgt. Und was wir herausfinden wollen, ist der Radius. Überlegt mal. Pause ruft selber. Jetzt gibt es hier die Auflösung, was man da machen muss. Immer, wenn ihr den Umfang oder den Flächeninhalt gegeben habt und ihr sollt Radius oder Durchmesser herausfinden, müsst ihr auch mit den Formeln arbeiten, die ihr hier habt. Und die nehmen wir jetzt auch mal hier. Umfang ist ja 2 mal Pi mal R. Und wir haben ja die Info gegeben, dass der Umfang 62,83 Zentimeter beträgt. Das heißt, wir können für unser U, für unseren Umfang, einfach den Wert einsetzen, den wir gegeben haben. 62,83 Zentimeter. Und jetzt können wir das einfach nach R umstellen und können über den Weg R am Ende herausfinden. Wie macht man das hier? Man kann jetzt hier geteilt durch 2 Pi rechnen, nämlich diese 2 Pi, die wir hier haben. Und haben dann am Ende nur noch R da stehen. Hier, wenn man auf der rechten Seite durch 2 Pi teilt, bleibt R stehen. Wenn man auf der linken Seite durch 2 Pi teilt, dann kommt man auf ungefähr 10 Zentimeter. Das ist jetzt leicht gerundet, der Wert. Wichtiger Hinweis, ihr könnt das auch hier Schritt für Schritt machen, wenn ihr euch da sicherer seid. Also, teilt erst durch 2, dann fällt hier die 2 weg und das die linke durch 2 teilen. Teilt dann durch Pi und dann auf der linken Seite, wenn ihr das schon durch 2 geteilt habt, auch nochmal durch Pi teilen. Dann kommt ihr auch auf 10 Zentimeter. Genauer ist es aber, weil hier kriegt ihr dann wahrscheinlich Rundungsfehler, wenn ihr es direkt mitgeteilt durch 2 Pi macht. Und das dürft ihr machen, weil das hier alles mit dem Malen miteinander verbunden ist. Letztes und schwierigstes Beispiel. Wir haben wieder einen Kreis gegeben, über den wir wissen, dass der Flächeninhalt 12,57 Quadratzentimeter beträgt. Und wir wollen jetzt den Durchmesser vom Kreis herausfinden. Achtung, den Durchmesser, nicht den Radius. Daran denken. Vorgehen ist aber das Gleiche. Wir haben den Flächeninhalt gegeben, deshalb brauchen wir auch die Formel für den Flächeninhalt. Die lautet A gleich Pi mal R Quadrat. Was wissen wir jetzt? Wir wissen ja, dass A, der Flächeninhalt, 12,57 Quadratzentimeter beträgt. Das heißt, wir können das A ersetzen durch diese 12,57 Quadratzentimeter. Perfekt. Und das können wir jetzt einfach nach R umstellen und darüber dann nachher den Durchmesser herausfinden. Das Vorgehen ist immer gleich, wenn ihr so eine Art von Aufgaben gegeben habt. Los geht's also. Als erstes geteilt durch Pi rechnen. Wenn ihr das macht, dann kommt auf der linken Seite 12,57 geteilt durch Pi, kommt man auf 4 Quadratzentimeter. Auf der rechten Seite bleibt dann auch R Quadrat stehen. Der Wert ist jetzt leicht gerundet, aber ziemlich genau 4 Quadratzentimeter. Jetzt haben wir R Quadrat. Wir wollen ja aber R herausfinden und nicht R Quadrat. Und auf der linken Seite, wenn ihr mal schaut, haben wir auch Quadratzentimeter und nicht Zentimeter. Wie kriegt man das Quadrat weg? Ganz easy. Wir ziehen die Wurzel auf beiden Seiten. Wurzel aus 4 sind 2. Wurzel aus Quadratzentimeter sind Zentimeter. Wurzel aus R Quadrat sind R. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Radius mit 2 Zentimetern. Sind wir damit fertig? Nein, sind wir nicht. Das R sieht ein bisschen komisch aus. Warte mal. So, sieht schön aus. Sind wir damit fertig? Nein, wir wollten ja, Achtung, den Durchmesser, nicht den Radius. Also noch dran denken, Radius nehmen, den mal 2 rechnen und dann kommt man auf einen Durchmesser von 4 Zentimetern und hat diese Aufgabe gelöst. Großes Lob an euch, wenn ihr die Beispiele richtig hingekriegt habt und dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr wirklich top vorbereitet seid auf alles, was irgendwie zum Umfang oder zum Flächeninhalt vom Kreis drankommen kann. Falls euch dieses Video weitergeholfen hat, würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, schaut mal auf unserer Website vorbei, da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.